Lysimachaya war eine bedeutende hellenistische Stadt im griechischen Thrakien am Nordende der Halbinsel Cersoneses. Ihre Überreste sind bei dem heutigen Dorf Bolaier in der türkischen Provinz Shanakala zu lokalisieren. Kadia war ursprünglich eine Kolonie von Milne und eine bedeutende griechische Polis des thrakischen Cersonesos. In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. gehörte die Stadt jedoch dem Einflussbereich von Athen an, dessen Oberhoheit sie seit dem Philokratesfrieden 346 v. Chr. nicht mehr anerkannte. Dem Versuch des Iopias, den thrakischen Cersoneses wieder unter artische Kontrolle zu bringen, stellte sich Kadia 342 v. Chr., folglich entgegen, worauf sich die politischen Beziehungen Athens zu König Philipp II. von Makedonien erheblich verschlechterten. Noch zu Zeiten dieses Königs wurde die Stadt von dem Tyrannen Hecatei ausregiert. Aus Feindschaft zu diesem war einst Eumenes an den Makedonischen Hof exiliert, wo er königlicher Sekretär wurde und vergeblich Alexander den Großen dazu drängte, die Tyrannis des Hecatei auszubeenden. Ein weiterer prominenter Bürger von Kadia war der Historiker Hieronymus, der ein Freund und vielleicht sogar ein Verwandter des Eumenes war. Kadia wurde 309 v. Chr., von dem Diadochenherrscher von Thrakien, Lysimachus zerstört, der die Bevölkerung in seine nahe Neugründung Lysimachia zwangsumsiedelte, die seine Hauptstadt werden sollte. Die Stadt sicherte den strategisch wichtigen Hellespont, der als Seeweg für die Versorgung Griechenlands und zugleich als ein Pfalzpforte nach Asien von Bedeutung war. Nach dem Tod des Lysimachus war sie zwischen den übrigen Diadochen umkämpft, erlangte aber bald eine gewisse Autonomie und schloss sich dem Eitolischen Bund an. 277 v. Chr., besiegte der makedonische König Antigonus II., Gonatas nae Lysimachia die eingefallenen Galater. Im selben Jahr wurde die Stadt durch ein schweres Erdbeben zerstört. 197 v. Chr., litt die Stadt unter dem Krieg der Römer gegen Philipp v. von Makedonien. Antiochus III., ließ die Stadt dann wieder aufbauen und förderte die Ansiedlung durch großzügige Versprechen. Dennoch konnte sich die Stadt von den Schlägen nicht mehr erholen und verfiel in der römischen Zeit immer mehr. Unter ihrem antiken Namen wird sie zuletzt vom Historiker Amianus Marcellinus erwähnt. Kaiser Justinian baute die Stadt erneut auf und befestigte sie. Diesmal erhielt sie den Namen Hexamilien. Die Stadt erneut auf und befestigte sie. Die Stadt erneut auf und befestigte sie. Untertitelung des ZDF, 2020